Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier am 23. Dezember 2017. Heute ist ein Tag, den ich persönlich ganz arg aufregend finde. Es ist praktisch der 23. Klar sind die Videos vorgedreht, das habe ich euch ja gesagt, weil ich ja damals sehr krank gewesen bin und einfach nicht wusste, ob ich jeden Tag es wirklich gesundheitlich schaffe, mich fertig zu machen und packe ich vor euch zu sitzen. Ich habe Videos abgedreht, da hatte ich gar keine Stimme, da könnt ihr gerne mal reingucken, gerade das Auflösungsvideo von meiner Verlosung. Das ist mir so schwer gefallen, Leute. Und heute packe ich mit euch den 23. Tütchen, das 23. Tütchen aus, beziehungsweise Päckchen. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ihr habt mich das Jahr wahnsinnig nett begleitet, ihr habt unheimlich viele Kommentare geschrieben. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr die 1000 Abonnenten knacken werde. Und da arbeite ich auch ganz, ganz zielstrebig darauf zu, weil ich einfach denke, dass ich es schaffen kann mit eurer Hilfe, mit dem Teilen und dem Aufbau auf meiner Instagram Seite. Also das Instagram fällt mir noch etwas schwer, weil ich die Bearbeitung etwas anstrengend finde. Ich finde zum Beispiel schade, dass man Instagram nicht über den Computer hochlade und verwalten kann, weil da könnte ich viel bessere Text reinschreiben und so, weil übers Handy ist das manchmal ein bisschen anstrengend. Aber wie gesagt, ihr habt noch heute und heute die Möglichkeit, beziehungsweise im Laufe des Tages morgen noch, an der Verlosung teilzuhaben. Und da wird auch ein separates Video auftauchen. Geht auch natürlich bei der Laura vorbei und schaut, was ich der guten Frau eingepackt habe. Und lasst ihr auch ein bisschen Liebe da, indem ihr ihr Video liked, genau wie meins. Und ihr auch ein Abo da lasst, wenn ihr da seid. Und jetzt packen wir mal Päckchen Nummer 23 aus. Es hat mir so Spaß gemacht, die ganzen Sachen aufzureißen. Vor allen Dingen, Laura hat viele Sachen mir zum Beispiel gekauft, wo ich selber gar nicht drauf gestoßen wäre. Und das ist natürlich auch geil. Was ist das? Oh mein Gott, ich finde das so geil. Die Laura, die hat echt geile Ideen. Und zwar ist das ein Volumenpuder. Und ich habe das schon mal gesehen. Und zwar gibt es das, glaube ich, von was anderem. Also ihr nehmt das Puder und irgendwie macht ihr das in den Ansatz. Und dann tut ihr das wie bei so einem Trockenshampoo durchwuscheln. Und irgendwie soll das wohl dazu führen, dass ihr plötzlich so ein bisschen so einen höheren Ansatz kriegt oder so. Aber ich habe, Laura, übrigens mir das Haarspray und den, wie nennt man das? Haarschaum von dieser Limited Edition nachgekauft, weil ich das unheimlich gut fand, was du mir da gekauft hattest. Dieses Haarspray habe ich übrigens in der Zeit, wo ich jetzt die Videos drehe, alle aufgebraucht. Also ich habe eine Flasche Haarspray verbraucht, weil ich wirklich jeden Tag, also es war nicht sehr klebrig. Es steht zwar Limited Edition dran, Leute, aber ich glaube, ihr findet das auf jeden Fall noch. Ihr habt, wie gesagt, noch die Möglichkeit, bei der Verlosung teilzuhaben. Dann macht das bitte, Leute. Seid wirklich, fühlt euch frei und macht das. Und morgen werden wir uns an Weihnachten wiedersehen. Und ich freue mich unheimlich auf euch.